Ja, es gibt nur noch ein einziges Thema. Kann die Partei Wir 2020 rund um Bodo Schiffmann Deutschland retten vor dem ja weltweit stattfindenden Zugriff unsere Pharma-, Impf- und Test- und Medizinindustrie sozusagen? Ich gehe gleich mal inhaltlich drauf ein. Wir müssen davon ausgehen. Wir haben hier den ersten Früharzt und Frühhändler, der in der Wahrheit lebt. Dann haben wir nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion kommt es zwangsläufig zu einem sich irrenden Früharzt und Frühhändler. Und der glaubt, nein, also ein natürlicher Lebensstil ist unnötig. Ihr könnt euch auch denaturiert ernähren. Ihr könnt denaturiert erleben. Was euch umbringt, sind winzige Tierchen, die wir später Viren und Bakterien nennen. Und die sind die absoluten Killer. Und ich muss euch was verkaufen dagegen, zum Beispiel Impfungen und Tests und so weiter später. Und das bedeutet also, dass dieser hier wird viel mehr verkaufen als der wahrheitsorientierte Früharzt. Dadurch wird der tendenziell aussterben im Wettbewerbsdruck sozusagen. Während der hier so erfolgreich ist, dass er zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel und so weiter ernähren kann. Und er wird zum Vorfahren von Trosten, Wieler und Lauterbach mit seinem Vorteil bringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum sozusagen. Genau das ist ja das. Und jetzt müssen wir erklären, warum haben denn jetzt die Politiker sozusagen, aufgrund welcher Vorteil bringenden Irrtümer haben jetzt diese Politiker und die Journalisten sozusagen, diesen Vorteil bringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum der Pharmaindustrie übernommen, obwohl sie ja nicht direkt davon profitieren. Ja, die Politik, wir haben hier den guten, wahrheitsorientierten Politiker und dann haben wir den, der sich nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion irrt. Und das ist der Politiker, der eben glaubt, ja, also, nee, Lobbyisten sind gute Informationsquellen, da ohne die Informationsquelle der Lobbyisten komme ich nicht zu guten politischen Entscheidungen, auf die bin ich irgendwo angewiesen, die sind seriöser als all der, ja, etwas verwirrte Rest der Gesellschaft, ja, und so weiter. Und, ja, das sind gute Freunde und so weiter. Und denen, denen kann ich durchaus vertrauen. Die bringen eigentlich immer wichtige Informationen, ne. Aber derjenige, der diesen Irrtum hat, ja, der wird gut Freund mit den Lobbyisten, es kommt zu Parteispenden, es kommt zu Vortragseinladungen, also Aufträgen, gut bezahlten Vortragshonoraraufträgen. Es kommt zu guten Jobs nach der Politik dann und so weiter, sodass also solch eine Art Politiker, der diesem Irrtum, Vorteilbringenden Irrtum unterliegt, also diesem Irrtum unterliegt, Lobbyisten sein, guter Gesprächspartner für die Politik, der wird einfach wieder erfolgreicher sein, wird generell mehr Kinder, hier zwei Kinder und so weiter hinterlassen. Und außerdem wird, da der Mensch ein Nachahmungstier ist, werden ihn alle nachahmen, weil das wird der erfolgreichste Politiker und also werden alle anderen von ihm lernen. Und er wird auch am meisten Nachkommen hinterlassen, die dann auch vielleicht wieder mit den gleichen Vorteilbringenden Irrtümern in die Politik gehen. So ist es also ganz naheliegend, dass also auf Trosten, Wieler und Lauterbach, eben besonders auf Trosten, natürlich die Politiker gehört haben, weil sie ja kein Problem darin sehen, Lobbyisten eines pharmazeutisch-medizinisch-impf- und testorientierten Industriebetriebes zu vertrauen. Und dann haben die Politiker eben jetzt diesen Vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum der Medizinindustrie übernommen. Das ist also dann der Grund, warum unsere ganze Politik das übernommen hat. Jetzt ist aber die Frage, warum haben die Journalisten da jetzt nicht kritisch gegenberichtet und kritisiert und so weiter? Ja, eben deswegen, weil hier haben wir den Journalisten, der in der Wahrheit lebt und stur bei der Wahrheit bleibt. Und dann haben wir wieder den nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion sich irrenden Journalisten. Und der glaubt jetzt wirklich, ja, also unsere Werbekunden aus der pharmazeutischen Industrie und der Impfindustrie, ja, die sind hilfreich für uns, das ist eine gute Sache, das ist schon alles so richtig, was die so machen. Und der glaubt das wirklich, ja. Und während der hier immer mit den Werbekunden in Konflikt gerät, sozusagen, oder er rausgeschmissen wird, weil er eben sozusagen die Werbekunden in seinen Artikeln zu sehr angreift und so weiter, wird der hier eine gute Karriere machen, unbehindert, weil er ja in keinerlei Konflikt mit den Geschäftsinteressen seines Mediums gerät und auch in keinerlei inhaltlichem Konflikt zu den Werbekunden steht. Und deswegen haben sich dann solche Journalisten auch wieder, haben wieder mehr Kinder hinterlassen, haben mehr Nachahmer gefunden, haben mehr geistige Kinder hinterlassen, sozusagen. Und dadurch ist es ganz normal geworden, dass Journalisten eben die gleichen Denkweisen haben, wie die großen Pharma- und Medizinkonzerne und alle anderen Werbekunden. Und deswegen ist der große Journalismus sowieso der gleichen Meinung wie die Pharmaindustrie. Und deswegen konnte es jetzt auch keine Kritik geben. Das heißt, hier haben wir wieder aufgezeigt, so funktioniert unsere Welt, also das Gesetz, unser Weltrettungsgesetz, VIs aussterben lassen durch PAs. Also wir haben jetzt erklärt, aha, in Politik, Pharmaindustrie und Medien sind verschiedene vorteilbringende Irrtümer. Bei dem Journalisten heißt der vorteilbringende Irrtum, ja, das, was die Pharmaindustrie sagt, ist schon im Großen und Ganzen realistisch und die Wahrheit. Und so haben sich dann sozusagen die, und jetzt wollen wir diese vorteilbringenden Irrtümer mit zusammen in einer Kooperation, also die Partei Wir 2020. Am Sonntag finden die nächsten Verhandlungen statt, zu denen auch von den Next Scientists for Future und vom Weltrat ein Professor zugesagt hat, dass er versuchen wird, sich dazu zu schalten. Und ein Dr. Meht hat zugesagt und ein Zahlenspezialist und Statistik-Spezialist hat zugesagt von den Next Scientists for Future, sodass wir dann, naja, allerhöchstens zu viert sein werden vom Weltrat sozusagen und dann eben wieder die Parteimitglieder. Und ja, dann bin ich mal gespannt auf diese zweite Sendung. Aber jetzt hier also noch einmal, also wir wollen jetzt diese VIs im Journalismus sozusagen aussterben lassen durch positive Anreize, ja, durch PAs, VIs aussterben lassen durch PAs. Also müssen wir zum Beispiel dem Journalismus alle Werbegelder grundsätzlich, Medien, wir müssen ganz klar in der Gesellschaft sagen, alle nur absolut werbefreie Medien sind als seriös zu beachten, ja. Und das heißt also, wir müssen dann, also zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen müssen wir halt investieren, wir müssen die Verluste, die Verluste an Werbegeldern ausgleichen und wir müssen, und das alles nur vorübergehend, denn danach können wir ja, es ist so vorgehen, dass wir alle Leute, die in Rente gehen, also aus Altersgründen ausscheiden, nicht mehr neu besetzen dann. Und dann können wir das Ganze wieder runterschrumpfen in allen Bereichen, ne. Aber erstmal müssen wir also quasi jedem Journalisten, der ja wirklich glaubt, die Pharmaindustrie hat recht und ist gut, der diesen Vorteil eben in irrtümmigen Kopf hat, dem müssen wir einem Journalisten gegenüberstellen, der genau das Gegenteil glaubt und extrem kritisch gegenüber der Pharmaindustrie ist. Und so würden wir dann einen ausgewogenen, vielseitigen Journalismus bekommen, ja, sozusagen, zumindest mal in den großen Medien, ja. Und dann hätten wir eine Tagesschau, die beide Seiten berücksichtigt und eine Heute-Sendung genauso, die beide Seiten berücksichtigt. Und diese Mehrkosten, die wir dadurch haben, die werden wir nach und nach dadurch einsparen, dass grundsätzlich gilt, wer aus Altersgründen ausscheidet, wird nicht mehr neu besetzt, die Stelle sozusagen, so dass wir dann den gesamten journalistischen Apparat wieder auf ein gesundes und gut finanzierbares Maß runterschrumpfen können. Genau. Und bei Politik ist es genauso, da müssen wir auch erst Geld reinpumpen, ja, denn wir müssen jetzt den, sozusagen, den positiven Anreiz erst einmal setzen. Hier, liebe Politiker, wenn ihr der Wohlfühlstimme oder anderen positiven Anreizsetzungen zustimmt, die euch sozusagen wieder in den Dienst, die euch wegholen von den Lobbyisten und von der High Society, wieder hinholen zu der Bürgernähe, sozusagen, diese positiven Anreize, bitte akzeptiert diese neuen positiven Anreize, und dafür kriegt ihr als Ausgleich für die fortwegfallenden, sozusagen, ja, Reichtumsaspekte, die durch den positiven Kontakt mit der High Society bisher entstanden waren, die gleichen wir aus durch wesentlich erhöhte Diäten und Altersbezüge, so dass ihr dann keinerlei persönlichen Nachteil erleidet, sondern sogar einen kleinen persönlichen finanziellen Vorteil bekommt. Und dann habt ihr diese positiven Anreize, weil das ja auch für euch gut ist und weil wir dadurch alle in einem Land leben werden, wo wir tausendmal gesünder, glücklicher und langlebiger leben können und in einem gewaltigen Wirtschaftswunderland leben können. Und wenn dann die Politiker eben auch wirtschaftlich keinen Nachteil verglichen mit der Ära des Lobbyismus empfinden, dann werden sie den neuen positiven Anreizen, wie zum Beispiel der Wohlfühlstimme als neue positiver Anreiz, sozusagen, folgen. Und dann werden auch diese vorteilbringenden Irrtümerrückzug aussterben. Und es wird heißen, nein, wenn ich erfolgreich sein will in der Politik, darf ich niemals mit einem Lobbyisten reden. Und so werden dann die zukünftigen wahrheitsorientierten Meme aussehen, sozusagen. Ja, und bei der Pharmaindustrie wird es so sein, dass eben dann die Politik bereit sein wird, auch der Pharmaindustrie positive Anreize zu setzen, sodass sie nicht nur überleben kann, wenn sie maximal viele Impfungen und Tests uns verkauft, sondern dass sie dann überleben kann, wenn wir seltener krank werden. Also die Pharmaindustrie erforscht in Zukunft alle Dinge, die uns ein gesünderes Leben ermöglichen, Bodenentgiftungsmedikamente, Bodenreparaturmedikamente, vielleicht Comedy, Comedienkurse, die die Versicherten über den Faktor Spaß und Entertainment zu gesünderem Leben hin verführen und so weiter. Ja, also das wird dann für den deutschen Markt, für den ausländischen Markt können sie natürlich erstmal ganz normal ihre Medikamente weiterverkaufen. Aber in Deutschland wird es Verdienstzuschläge dann auch nur noch geben, sozusagen, und diese positiven Anreize werden für Deutschland dafür sorgen, dass die Pharmaindustrie für Deutschland gesundheitsförderliche Ideen entwickelt und Produkte entwickelt und verkauft und so weiter. Und dadurch haben wir dann dieses gesamte Problem doch gelöst. Ja, soviel, dass sie unsere Grundformel verstanden haben, VIs aussterben lassen durch PAs, also vorteilbringende Irrtümer, aussterben lassen durch positive Anreize. Ja, jetzt mal unser Tagesbild. Kann man das lesen? Noch nicht, ne? Ja, ich kriege nicht alles drauf, ne? Dann machen wir das so. Soll also heißen, safe, also ohne Händeschütteln rette deine Freunde. Ja, also ich meine, ich bin schon seit Jahrzehnten der Meinung, dass man sich eher so mit high begrüßt. Und Händeschütteln ist ja schon lange bekannt als eben ein Übertragungsweg für alle möglichen Formen der Krankheitserreger. Wobei ja eben die interessante Frage immer ist, wie viel Training braucht das Immunsystem? Kann man auch zu wenig Erreger abkriegen und dadurch untertrainiert sein mit dem Immunsystem? Ist ja auch eine interessante Frage, ja? Ja, so, jetzt weitere Kurznachrichten hier. Ja. Ja. Herr Spahn selber, also Gesundheitsminister Spahn selber, musste also irgendwie zugeben, ganz frustriert, dass die Bürger die Regeln ignorieren, dass er in ein Restaurant wohl kam mit Maske und wo man ihn ganz komisch angeschaut hat und wo dann man ihn darauf hingewiesen hat, dass man hier keine Maske tragen muss. Also die Bürger scheinen so zu sein, dass sie zwar in Umfragen sozusagen sozial erwünscht antworten und sagen, ja, ich finde jetzt, irgendwie finde ich die Maßnahmen der Regierung nicht grundsätzlich schlecht und so, ich stimme dazu und so, ja. Aber sie halten sie nicht ein. Und das sehe ich auch in der Öffentlichkeit, dass es ganz viele Leute gibt, die so rumlaufen und zehn Zentimeter an einem vorbeilaufen, als hätten sie noch nie irgendwas von Abstandsregeln gehört und so weiter. Ja, also das heißt, ganz viele Bürger ignorieren völlig die Regierung und deren Gerede, auch wenn sie dann vielleicht sozial erwünscht antworten und dann sagen, ja, ja, ich finde die Maßnahmen, ich finde das alles ganz okay, ja, 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 so. Aber dann faktisch nichts davon tun. Ja. Ja, und dann ein anderes Thema ist, das aufgetaucht ist, ich beziehe mich ja immer auf die Internetsendungen, die Fernsehsendungen, das Internet, ja, immer dieser Versuch, Kind und Mutter auseinander zu dividieren. Man will ja, es gibt ja Leute, die sozusagen wegleugnen wollen, also die den Vorteil bringenden Irrtum im Kopf haben, dass alle Menschen Genies seien, alle Menschen gleich klug seien, dass es nie eine Evolution von 500 Milliliter auf 1500 Milliliter in der Menschheit gegeben hat, sozusagen, also dass Evolution kein systematischer Erzeuger von Ungleichheit ist, sondern dass das alles sozusagen, ja, dass wir alle gleich seien. Und da ist es dann natürlich so, dass man immer Mutter und Kind versucht auseinander zu dividieren, als gäbe es ein Kind, das unabhängig von den Eltern und Großeltern wäre. Ja, es ist dann in der Evolution ist es einfach so, dass eine kluge Mutter einem ihrem Genetischstand mit größerer Wahrscheinlichkeit auch wieder klugen Kind, ungefähr klugen Kind, natürlich mit gewissen Variationen, ja, denn das ist, wie war das, Mutation und Selektion sind ja ein Ungleichheitsgenerator, die Evolution ist ein Ungleichheitsgenerator oder Erzeuger. Und, aber ihr Kind wird im ungefähr trotzdem im klugen Bereich sein, sozusagen, und diese kluge Mutter bietet ihrem klugen Kind auch viele gute Anregungen, sodass dann auch während eine Mutter mit einem kleineren Gehirn eben ihrem Kind, das wahrscheinlich auch wieder ein ungefähr kleineres Gehirn hat, auch entsprechend weniger Anreize bietet. Und das ist auch kein Problem. Und die Tatsache, dass natürlich, wenn künstlich irgendwie sozusagen die Anregung und die anregende Umwelt für ein Kind fehlt, dann ist es klar, dass die Gehirnentwicklung zurückbleibt. Denn allein schon nach dem Prinzip, was nicht gebraucht wird, bildet sich zurück, dann wird sich das Gehirn eher zurückbilden. Und das heißt, natürlich müssen wir es vermeiden, dass Kinder viel zu wenig Anregungen bekommen. Aber es ist nicht wahrscheinlich sozusagen, dass eine Mutter ihrem Kind jetzt nun alle Anregungen vorenthalten wird. Außerdem ist es dann eben auch wiederum dem kleinen Gehirn der Mutter geschuldet, wenn das geschieht. Und dann ist die Aussage, das Kind habe jetzt ein kleines Gehirn, nur weil es eben viel zu wenig Anregungen bekommen habe, ist dann eben auch wieder irreführend. Sondern die Mutter mit dem kleinen Gehirn hat halt das getan, was sie konnte. Es ist ja auch nicht so, dass ein Bonobo mit einem 0,5 Liter Gehirn sozusagen irgendwie aktiv die Mutter irgendwie in ihrem Kind Anregungen vorenthalten würde. Das ist doch, das ist völlig natürlich. Aber eben die Evolution ist eben immer so verlaufen, ja, dass eben hier, schauen wir es nochmal kurz an, hier, hier ist sozusagen jemand mit einem 500 Milliliter Gehirn, ja, und der bekommt Kinder. Und da ist jetzt keins dabei, das mehr als 500 Milliliter hat, ja, sozusagen. Und hier ist eins, und zwar zu einer Zeit, wo die Menschen schon spezialisierte Technikhände bekommen haben und eben da auch schon die Erfindung der Technik stattgefunden hat. Also die ersten Steinmesser wurden hergestellt und Steinhämmer und so weiter. Und dann daraus resultieren ja weitere Technik, ja. Und jetzt passiert Folgendes. Hier, dieses hier, da wird ein, dieser Mensch, da wird ein Kind geboren. Nee, eigentlich müsste ich hier anfangen. Hier, hier ist eine Mutter mit 500 Milliliter Gehirnvolumen und die bekommt jetzt zwei Kinder. Das eine hier hat wieder nur, sagen wir, 490 Milliliter oder 505 Milliliter, ja, sagen wir 505 Milliliter. Und diese hier, dieses Kind hat zufällig 530 Milliliter, also eine ganz besonders starke, irgendwie Mutation, die irgendwie sich ganz besonders stark auswirkt, ja. Und jetzt ist es auch noch so, dass das, dieses größere Gehirn auch gleichzeitig, dass die Mutation also nicht gestört hat, sondern gleichzeitig, dieses größere Gehirn auch gleichzeitig, noch deutlich leistungsfähiger, als das bisherige Gehirn ist. Und dieses Kind kann dann nun, wenn es dann erwachsen wird und so weiter, mit der, mit der, mit der vorhandenen Technik und mit seinen Technikhänden deutlich mehr Nahrung beschaffen, weil es über die größere Intelligenz und Klugheit, sozusagen, deutlich mehr Nahrung beischaffen kann. Und deswegen dann im Durchschnitt von diesem ausgehend, sozusagen, dann so jemand, der viel Nahrung findet, sozusagen, und auch beschaffen kann, ist dann wieder beliebt bei den Frauen und so weiter. Und im Durchschnitt hinterlässt so jemand eben, hier zum Beispiel zwei Kinder, dann drei Enkel, zwei Urenkel, während der hier mit den nur 505 Millilitern Gehirnvolumen eben ausstirbt, also nur, immer nur wenig, die Möglichkeit bekommt, nur wenig Kinder, hier in dem Fall ein Kind zu zeugen, und irgendwann stirbt diese Linie aus, während eben die mit dem größeren Gehirn sich ausbreitet und eben auch alle Nahrung und alle Räume wegkonkurriert oder von diesen hier wegkonkurriert und sodass dann diese Linie eben tendenziell ausstirbt und die Linie mit dem 530 Milliliter Gehirn sich erst mal, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass eine Zeit lang wieder keine größere Mutation in dieser Richtung geschieht, dann wird erst mal diese Linie sich jetzt neu stabilisieren und es werden lauter nachkommen mit ungefähr 530 Milliliter Gehirn plus minus, ja, werden überleben und irgendwann wird es mal wieder zu einer Mutation kommen, hier, was weiß ich, hier zum Beispiel, vielleicht hier, dann zu einer Mutation kommen, wo hier zum Beispiel wieder, wieder statt 530, ungefähr 530, dann ein Kind geboren wird mit 550 Millilitern, ja, und dann wird das auch wieder sozusagen mehr, noch bessere Technik, noch bessere Nahrungsbeschaffung durchführen, wird wieder beliebt bei den Frauen sein und wird wieder Vorfahre von hier, in dem Falle dann drei Kindern, zwei, zwei Enkeln, zwei Urenkeln und so weiter und so breitet sich dann diese Linie auch wieder ein bisschen weiter aus oder hier, hier zum Beispiel, hier diese und so weiter, ja, und so läuft die Evolution, und so sind wir auf 1500 Milliliter gekommen und all diese Versuche sozusagen immer wieder diesen vorteilbringenden Irrtum der Sozialberufe und so weiter zu erhalten, nämlich, dass alle Genies seien, alle seien klug und alle seien gleich klug und so weiter, diese Gleichheitsfantasie, ja, das ist ein toller, vorteilbringender Irrtum, weil der dann eben immer wieder zum Beispiel einen gut verdienen lässt, zum Beispiel kann man mit diesem vorteilbringenden Irrtum dann plädieren dafür, dass wenn alle Menschen ja Genies sind, dann sollten wir die Grenzen aufmachen, sollten gar nicht prüfen, welche Qualifikation oder Intelligenz oder Gehirngröße irgendwelche Zuwanderer mit sich bringen, sondern sollten die Türen völlig aufmachen und dadurch hat man dann in den Sozialberufen viel Kundschaft, viele Karrieremöglichkeiten und kann individuell, wird wieder viele individuelle Belohnungen erleben, eben aufgrund dieses vorteilbringenden Irrtums. Also müssen wir auch in den Sozialbereichen überall wieder positive Anreize setzen, sodass also der Gesamtzustand Deutschlands, die Wirtschaftskraft und das Wohlfühlen der Bürger und so weiter und die Sicherheitsstimmen der Bürger und so weiter vielleicht als positive Anreize so gesetzt werden, dass die Sozialberufe nicht mehr gegen die Bevölkerung arbeiten, sondern für die Bevölkerung arbeiten, weil es sich dann am meisten lohnt und weil dann die Träger, die hartnäckigen Träger der vorteilbringenden Irrtümer tendenziell eher aussterben, während dann in Zukunft im Sozialbereich und im Bildungs- und Pädagogikbereich und so weiter eher diejenigen, die wahrheitsorientierten, also sozusagen dann die größten Belohnungen durch die positiven Anreize bekommen, die eben der Gesellschaft dienen und nicht auf Kosten der Gesellschaft gegen die Gesellschaft Karriere machen. Ja, dann gehen wir hier mal weiter mit den Kurznachrichten. Ja, Trump hat einen Aufruf geäußert jetzt, nachdem er selbst erlebt hat, dass Corona sogar für ihn als 74-Jährigen nicht besonders gefährlich ist, also nicht über eine kräftige Grippe hinausragt, hat er jetzt den Aufruf an seine Amerikaner gemacht, doch bitte keine Angst vor dem Coronavirus zu haben. Hört, hört also, ne? Ja, Erfahrung macht wieder klug, ne? Ja, und in der Playlist 4 sind, glaube ich, zwei neue Sendungen, auch eine mit Herrn Streeck, also wieder am Ende der Playlist 4 vom Sender News & Talks, falls Sie gerade auf einem anderen Sender hören. Sender News & Talks bei YouTube und Playlist 4 im Endbereich Neue Sendungen. Ja, dann noch mal kurz zu dem Thema Kriminalität und vorteilbringende Irrtümer. Also, es macht, das Schöne ist, dass es uns dann nicht mehr interessiert, ob irgendwo eine Verschwörung vorliegt, also ob sozusagen hier irgendwie eine Pharmafirma, ja, sozusagen nicht einem vorteilbringenden Irrtum unterliegt, sondern eine kriminelle Absicht dahinter steckt, nämlich, dass man sagt, ja, wir wissen genau, was weiß ich, die Dinge sind nicht so, aber wir stellen die Dinge in der Öffentlichkeit aktiv so dar, weil daraus dann der größere Verkaufserfolg resultiert. Das ist ja dann so eine Art Verschwörung oder eine Art kriminelle, diese Firma wäre ja ein schwarzes Schaf, sozusagen, die aktiv die Gesellschaft betrügt um das eigenen Profitswillen. Sowas wird es ja ab und zu auch mal geben, ab und zu. Und es spielt aber jetzt gar keine Rolle, ob jemand also einen vorteilbringenden Irrtum im Kopf hat, aufgrund derer er sozusagen Irrtümer verbreitet, die am Ende das Geschäft fördert oder ob es sich mit krimineller Absicht um aktive Lügen und Betrug und also eine Art Verschwörung handelt gegen die Gesellschaft. Das ist irrelevant, weil die Firma, die Formel VIs aussterben lassen durch PAs löst beide Probleme, also das Problem der sogenannten schwarzen Schafe in der Medizinbranche, über die ja immer wieder, also sogenannte Abrechnungsbetrüger und so weiter, über die ja immer wieder berichtet wurde, ja, es spielt dann keine Rolle mehr, weil die positiven Anreize, die gesetzt werden, machen ja die Tür zu für alle kriminellen Absichten und auch für alle vorteilbringenden Irrtümer. Das ist also dann ein Schlüssel, die positiven Anreize zu lösen, das Problem sowohl des kriminellen Bereichs, der Verschwörung oder des Betruges und so weiter und das ist das Schöne an der positiven Anreizsetzung, dass die so gekonnt werden, gemacht werden muss, dass eben immer gleichzeitig beides ausstirbt, nämlich die Betrugsaspekte und die vorteilbringenden Irrtümer, wo ein Mensch sich ja keiner schuldbewusst ist, sondern wirklich seine Irrtümer glaubt und aufgrund des Befolgens der Irrtümer der Gesellschaft Schaden zufügt. Ja, dann geht es hier nochmal weiter. Ja, ich glaube, das war es schon mit diesen Kurznachrichten. Also, am Sonntag der nächste Meilenstein. Alles andere braucht man eigentlich nicht mehr zu schauen. Also, wer vernünftig ist, es geht jetzt nur noch um die Frage, wird am Ende die Partei Wir 2020 mit Hilfe der Formel der Next Scientists for Future, nämlich VIs aussterben lassen durch PAs, am Ende bei 20% landen bei der Bundestagswahl, bei 15 bis 20% landen und ein Koalitionspartner werden und mitregieren und können sich sozusagen von den 56% des Potenzials, also wie gesagt, die Testwahlen bei der Next Scientists for Future hatten ja ergeben 56% Wählerzustimmung, also Wahlstimmen für die Reformen der Next Scientists for Future und sozusagen kann davon dann die Partei Wir 2020 dann mit dem externen Politikberater Next Scientists for Future Weltrat dann eben davon wenigstens 20% abholen oder realisieren und alles andere ist eigentlich völlig unwichtig und denn das wird nichts ändern nochmal der Satz wir können jetzt hier plädieren so viel wir wollen und argumentieren wie wir wollen die Politik und der Journalismus wird alles tun um das Gesicht zu wahren und wird niemals zugeben dass man sich dass man da vorteilbringenden Irrtümern aufgesessen war das wird man niemals zugeben deswegen geht es nur über die Wahlmacht sozusagen da einfach Macht wegzunehmen durch Wahlstimmen und wenn das nicht geschieht dann war es das mit Deutschland dann geht es halt immer so weiter dann kriegen wir in drei Jahren die Elefantenkrippe und dann die Giraffenkrippe und so weiter und dann wird das Pharmaindustrie Geschäft natürlich eben einfach munter weiter laufen ja Tschüssi na da ist es Tschüssi bis bald Geld Vielen Dank.